Seit Menschen Es gibt kein jüdisches, christliches, muslimisches Blut, es gibt nur menschliches Blut. Wir sind alle gleich, seit Menschen. Denkt daran, dass es weh tut, wenn man einem Menschen Schlechtes tut. Die Botschaft des Buches ist auch, die Menschenwürde ist unantastbar und das muss jedem Menschen, jedem jungen Menschen immer wieder gesagt werden. Es ist der wichtigste Wert und der Obersatz auch unserer Verfassung.